heilig kontinuierter von Let's Play together a link to the part falsch wie ich merke oh nein das ist ein Schäden ja nein 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 ich glaube ich war aber auch schon mal in Super Mario World das war auch kaputt Hilfe! Hilfe, Hilfe! Leute, ich versuche jetzt nicht mal einen Rant in die Aufnahme zu kriegen und es wird auch auch in 27p erscheinen. Warum machst du das in 780p? Sag mir doch mal! Lass mich doch! Dann hat doch keinen Sinn! Warum? Das ist total Dreck! Dann brauchst du nicht in 780p! So was muss die in 780p! Wir haben so ein High-End-Spiel wie du Seller als Verleihprinzen, so das könntest du in 780p, ne? Ach so, warum brauchst du mal nicht in 780p zu machen? Fuck! Ah, Schatz! 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 Da muss ich hoffen! Von mir cerext지만 In 2006 Bernhard Donente Das listeners losland ich habe stark bezahlt ich habe einen Weg schon gefunden die Sterben ja und ich noch meine Wommel zurück ich will ich verbrauchte Klack, 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 uah, nein nein, 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 geh weg, geh weg geh doch weg in dein kaltes Ohrenkloster kling, kling, oh, jetzt hab ich nur eine Fee ich habe immer noch das Stapel, ist das lustiger immer noch, wo den Versuch auf die andere Seite von einfach gestanden wird kling, 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 kling klak, klak, klak ja, der große Schlüssel, oh ja hast du das? Jo ja das weiß ja wo die Stadt ist die Dittliditlidl Tappt Tappt wenn man vielleicht geht es dann das weg wenn ich ja hier um Fenster auswählen das ist ein Bild weg so der Kannerstand mit mir nicht mal am Arsch lecken wachstub jetzt sterben alle sterben gehen oh mein gott ich bin so äh lol ja ist klar link ist klar geostern nein das nicht schafft noch vom fern diesmal weg Aua welches Super Mario World gab's denn für GBA wie hieß der Teil Super Mario World Super Mario Bros. Advance 3 oder so meine ich hast du den Teil äh ich hatte ihn mal also wurde der geklaut oder was ehrlich da war einer so arm sich Super Mario leisten zu können vielleicht war es der Arthur der hat ja mal gesagt dass er so ein Kind mal ein Spiel geworfen heißt verbrauch ich meine letzte Fähigkeit die Krise hier was ich bin Noob ja wie viel mal in den Lifestyle gesehen hast du hast ja auch gesehen im ganzen Moment davon reden wir jetzt nicht das war erspärmlich bis zum geht nicht mehr hier war doch vorhin irgendwo eine verschlossene Tür oder nicht bin ich jetzt doof der Tempel ist fast ein einziges Rätsel hier war doch nur eine verschlossene Tür oder so bin ich jetzt doof oder so ja ich hab immer noch dieses Kack-Standbild da ist sie ja da ist die verschlossene Tür komm schon komm schon komm schon ja ich flamm dich ja schon weg ich will sterben ja da haben wir jetzt ist aber gleich bei der nächsten Aufnahme ja die Lange bau ich mal zu groß und mit Ruhe war er verfahren ich bin natürlich zu Ende Pickaxe Oh nein bitte nicht Bauern für Noo und ja 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 magisches Puder Komm her, komm her Wir sterben Komm zu der Lüge Wir sterben Fee, 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 Fee Du hast eine Fee gefangen, oh je Nein, nein, nein Komm her, komm her, komm, komm Bäm, oh mein Gott In jedem Cent so ankloptert, du Gut, Glück Äh, what? Sehen wir, komm Da ist schon mal der Bossraum, aber ich habe noch nicht die blaue Rüstung Ah, da ist es, ist der Raum Du musst einen Stockwerk höher und dann einen Riss wegsprengen Also einen Bodenriss Oh, toll, danke, dass ich das jetzt erst erfahre Ich muss ja nett zu dir sein Mhm Der Livestream, boah, der Livestream war so kacke bei mir Jetzt mal nachher sehen, wo ich Crysis gespielt hatte Ich habe mich auch nur doof mit dem Kumpel unterhalten Dessen hast du aufgelegt? Ja, ich habe mich noch ein bisschen unterhalten Der war auch mehr für die Linkserie Ähm, für die Der war schon für die High-End-Serie Aber meinst du dieser komische Freak-Type? Ja, der hat die ganze Zeit nur Spaß gemacht, ne? Also, das ist nicht direkt mal überall aufregend, wenn man ein bisschen Spaß macht, das machen wir jedes Mal Das ist doch kein Spaß mehr Doch, das machen wir immer wieder, ich weiß, das hat Spaß von den Typen müssen Ficken! Ich gehe jetzt zum Eingang in das Ganze jetzt Ja, das sind mal schon rätselig, ne? Ja, aber da war es ja so ein Standbild, das Ja, aber da war es ja so ein Standbild, das ist total kacke, das war auch nicht weiter, sorry Ja, mein, mein Bahnhofshaus ist durchfällig Ich war der Song, den hast du die ganze Zeit in dein Let's Play, weißt du denn? Das ist alles, was gilt Ah, nicht mit Fett Gut zu wissen Ötze, dütze Kontro-Share, 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 Kontro-Share Das war das einzige Gute, weil ich habe es mit Wurbel-Attacke gemacht Wurbel-Attacke? Wurbel So, so geht's auch, aber so hast du ganz schnell gemacht Bis mal Let's Play Bis mal Let's Play, bis mal Let's Play, schon bald sehen, dass ich das 0 und Death Road machen Feuer-Medallion, bam, bam, bam Nochmal, ob, ich glaube, ich hätte einmal gereicht Da ist wieder magisches Bruder-Einsatz Komm her Werd du einfach nur zu ner Fee, werd zu ner Fee Ist klar, hm, hm Schon wieder down? Ja Hast du noch wen? Eino Scheiß Eis, ey Ja klar, ich bin auch noch meine magischen Kräfte zunächst in den Weg Eis ist kacke, ne? Ich hasse Eis-Tempel Ich liebe Eis-Tempel Ich liebe Eis-Tempel, da finde ich ja gar so gar, ich liebe Eis-Tempel außerdem Der ist echt eine Geburt für sich Eis-Tempel sind die Binderts-Kate, die je erschaffen wurde Ich bin Wasser und Eis-Tempel und Geld So, meine Warnungs-Station Verblöcke So, ich fertig Kommt die Scheiße wieder Ja Ja Stimmt, hier war der Raum, wo ich mich runtergebombt habe Was? Was? Schon wieder down? Ja, und diesmal Game Over Der Tempel ist kacke, das sag ich dir Ich hab' ich ganz lieb, ich erinnere mich auch nicht mal an alles Habe ich immer noch ein Standbild? Weil soll ich es wissen? Ja Ich hab' immer noch ein Standbild Ich brauch Magie, sorry Leute für die Aufregung jetzt Aber Ich hab' selber keine Aufregung und zwar Was für ein Aufregung ist, wenn du nur noch irgendwelche Schlimmförter mit einem Spamst Kommt, geht einfach sterben und gib mir Magie Für magisches Puder Für magisches Puder Kommt, Herr Eping, wieder Ach, danke für die Magie Ach, danke für die Magie Kommt, Herr Kommt, Herr Kommt, Herr Jetzt kann ich meinen Schwertscher einsetzen Hast du wieder Full Hard? Ja, Full Hard Ich sag halt mal Full Hard zu Geht weg, geht weg, geht weg Wieso kann ich dir den Bohnen weg? Nein Verstandbild Verstandbild Deswegen gibt es mir gerade sowas noch gar nicht Geht sterben Ich bin schon alleine Ja, ja, ist okay Weiß jetzt verrisst auf dem Boden, aber ach, fick dich Aua Aua Ja, komm, 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 ist okay Ist ja gut Seid ihr noch aggressiver So... Gleich schon der Tod. So... Ich muss hier noch mal laufen. BUFFY! BUFFY! Ja, natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!